Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 16.700 US-Dollar. Wenig Veränderung, trotzdem steht heute einiges an. Außerdem gibt es Gerüchte wegen Ripple und der SEC. Schön auf Twitter geht das momentan ein bisschen hier durch die Runde. Außerdem haben wir heute noch interessante Daten, die rauskommen aus den USA heute Nachmittag. Aber bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst unten gerne einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Alt-Convents habt. Und wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, kommt da gerne rein. Da kriegt ihr immer die aktuellsten News und auch die möglichen Trades. Gut, jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, bei ungefähr 16.600 US-Dollar. Wir haben ja gestern das Video gemacht. Hatten hier diesen kleinen Breakout-Versuch, wo ich aber dazu gesagt habe, wir müssen im 4-Stunden-Chart mindestens in 4 Stunden Closer drüber machen. Ist leider nicht so gekommen. Wir hatten diesen kleinen Wig. Das war es dann aber auch wiederum. Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Volumen jetzt nicht sonderlich zugenommen. Klar, wir hatten im 1-Stunden-Chart jetzt hier oben noch relativ viel Volumen bei ungefähr 17.200 US-Dollar. Das wäre jetzt also erst einmal kurzfristig die erste Hürde, wo wir auf jeden Fall nochmal hingehen sollten. Einfach um die Liquidität hier oben eben nochmal abzugreifen. Wichtig wäre es dann wirklich mal ein 4-Stunden-Close außerhalb eben dieser gelben Widerstand oder dieses dynamischen Widerstands zu kriegen. Damit wir hier wirklich mal einen Breakout haben und dann möglicherweise in Richtung 18.800 US-Dollar kommen könnten. Was könnte das beflügeln? Wir haben, warte, ich stelle hier ganz kurz nochmal auf den 4-Stunden-Chart ein. Wir haben heute um 14.30 Uhr die Erzeugerpreise. Das heißt, kurz vor Börsenöffnung auch in den USA könnte das nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen. Sollten die Erzeugerpreise sogar ein bisschen sinken, was wir ja im Endeffekt durch die niedrigen Ölpreise etc. pp. und auch Transportkosten erst einmal für möglich halten könnten, könnte das für den ganzen Kryptomarkt, aber auch für die traditionellen Märkte erst einmal einen deutlichen Impuls nach oben geben. Also das würde ich auf jeden Fall um 14.30 Uhr im Auge behalten. Sollten die positiv sein, könnte das für die Märkte auch sehr, sehr positiv sein. Dazu aber nochmal ein ganz kurzer Blick in den Dow Jones 30, denn da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe gestern in die Telegram-Gruppe gepostet, JP Morgan erwartet, dass die Rallye noch ein bisschen anhält. Wir sind jetzt genau, wo diese Meldung im Endeffekt rauskam, genau hier am Golden Pocket weiterhin beim Dow Jones. Also ich würde das hiermit vorsichtig genießen momentan. Ich sehe die ganzen Aktienmärkte, sollten jetzt die Verbraucherpreise sogar ein bisschen steigen sich, das ist absolut negativ. Sollten die natürlich sinken, okay, dann werden wir wahrscheinlich das Golden Pocket rausnehmen und unser anvisiertes Ziel der 35.000 Punkte möglicherweise sogar noch diese Woche erreichen. Aber nur nochmal so ein kleiner Reminder, dass wir hier deutlich, deutlich am Widerstand sind und wie gesagt, Bitcoin muss hier einfach mal über unseren dynamischen Widerstand hier erstmal durchkommen. 17.160 beziehungsweise 17.200, das ist die erste Zone, die auf jeden Fall durchbrochen werden sollte in den nächsten Stunden beziehungsweise am heutigen Tag und danach können wir uns über 18.000, 18.800 US-Dollar unterhalten. Dann Downside-Risiko momentan ein bisschen weniger aufgrund der Newslage einfach. Wie gesagt, 14.30 Uhr, das ist die einzige News, die wir heute im Blick behalten sollten. Dann Ethereum. Ethereum hat es ein bisschen leichter gemacht im Gegensatz zu Bitcoin. Wir sind nämlich hier aus unserem dynamischen Widerstand schon ausgebrochen, hatten hier zwar nochmal ein bisschen Struggle in dieser Zone, aber die 4-Stunden-Demand-Zone hat hier gut gehalten. Also sieht man hier ganz schön, Reaktion nach draußen, 4 Stunden close da drüber. Aber nur jetzt fehlt uns einfach das Volumen und das ist das Problem. Nur ein Retest oder ein Breakout reicht uns dann. Wir brauchen natürlich auch deutlich, deutlich mehr Kaufvolumen beziehungsweise mehr Volumen im Markt, was den Kurs nach oben pusht. Deswegen auch hier mal ganz kurz der Blick in den 1-Stunden-Chart, ob es sich lohnt, haben wir hier einigermaßen hier Volumen bei ungefähr 1.280 US-Dollar. Also es wäre ganz gut, hier oben diese Zone einfach nochmal ein bisschen rauszunehmen. Man sieht es auch, wir waren hier immer wieder in dieser kleinen Range, wo wir immer wieder Probleme hatten. Heißt, nächstes Ziel wäre einfach die 1.280, 2.290 mit einem 4-Stunden-Close zu überwinden. Ansonsten haben wir natürlich immer noch unsere Vector-Candles und da kann ich immer nur nochmal an das Video erinnern, was sind Vector-Candles, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Link unten in der Videobeschreibung beziehungsweise auch auf meinem Kanal. Und die haben wir hier oben da unten noch bei ungefähr 1.180 US-Dollar. Also da wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtiger. Aufgrund dieser beiden Vector-Candles, die wir bei Bitcoin und bei Ethereum haben, ist natürlich immer noch so ein kleines Downside-Risiko da. Da könnte es sich natürlich jetzt in den nächsten Stunden erst einmal durch die Erzeugerpreise dann ein bisschen wegnehmen. So, dann kommen wir zu Ripple. Ripple pusht ordentlich, auch hier. Downtrend erst einmal durchbrochen, gutes Zeichen. Hat aber auch viel durch die News zu tun, weil hier angeblich eine Einigung mit der SEC erzielt wurde beziehungsweise es soll irgendwie, sag ich mal, ein Ergebnis endlich geben. Zumindest auf Twitter könnt ihr einfach XRP eingeben. Da kriegt ihr eine News nach dem anderen im Endeffekt momentan. Also das Sentiment auf jeden Fall momentan sehr, sehr bullish. Also hier, ihr seht, was weiß ich, Ripple auf jeden Fall in aller Munde. Wird hier auf jeden Fall gepusht. Trade läuft bei mir sogar. Ich bin da ein bisschen hinterhergesprungen gestern Abend noch kurz vor dem Pennen gehen. Trade, ordentlich im Plus mittlerweile. Aber trotzdem, man muss wirklich abwarten. Ist es wieder einfach nur Rumors, die hier einfach rumgehen? Und die tatsächlichen News fallen dann im Endeffekt aus. Also hier geht weiterhin Vorsicht. Trotzdem muss man auch ganz klar dazu sagen, wir befinden uns bei Ripple weiterhin in einer großen Akkumulationsphase. Wir haben da ja ewig drüber gesprochen, dass es hier möglicherweise, beziehungsweise, dass diese Range extrem wichtig ist. Und das haben wir schon in den letzten drei Altcoin-Updates immer wieder angesprochen. Diese Range war in der Vergangenheit perfekt zum Akkumulieren. Auch hier in der Vergangenheit haben wir das ja im Endeffekt gezeigt. Diese Range ist einfach ultra lange schon intakt. Beziehungsweise hat sich immer gut als Kaufzeitpunkt reingesetzt, sei ich jetzt einfach mal so. Aber wie gesagt, solange wir nicht aus dieser Range raus sind, und da gilt einfach die 0,40 Dollar Cent, solange müssen wir einfach mit Seitwärtsphase rechnen. Müssen wir einfach ganz klar sagen. Also Breakout nach oben, bei einer positiven SEC-Entscheidung wäre es natürlich Bombe. Dann nächster Step die 0,44 Golden Pocket oder wir ballern einfach komplett oben durch, weil die XRP-Community im Endeffekt so stark ist und das Ding einfach nach oben ballert. Aber gut, wird sich jetzt in den nächsten Stunden, beziehungsweise vielleicht auch erst in den nächsten Tagen, es gibt Sachen, die sagen erst am 18. November, manche sagen heute, also ein bisschen aufpassen, jetzt aber auch nicht irgendwie jedem Trade hinterher springen, also kann ich wirklich nur warnen, warte, bis es fix ist. Und ansonsten ist diese Spot-Range zumindest in der Vergangenheit Bombe gewesen. Also schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Wir gehen zurück in den 4-Stunden-Chart und kommen dann auf eure Wünsche zu sprechen. Und zwar wurde sich Atom gewünscht und Kusama. Fangen wir an mit Atom. Atom momentan in einem Downtrend, kämpft aber auch hier momentan. Wir haben einen schönen doppelten Boden hier erst einmal, keine riesen sonderlichen Wicks hier, weil das Volumen dann doch deutlich nachgelassen hat. Also doppelter Boden, Downtrend hier momentan, der jetzt erst einmal durchbrochen werden sollte. Interessanterweise hatten wir hier noch unser riesiges Rising Broadening Reggio, wie wir immer darüber gesprochen haben. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz auf dem Daily Chart, das einfach nochmal ein bisschen näher an und ziehen auch hier mal ganz kurz das FIP von unserem Low zu unserem High und können auch sehen, wir befinden uns hier genau im Golden Pocket. Also es ist hier wirklich die Chance für Atom im Endeffekt, dass wir... Oh, jetzt fällt mir auf, dass ich dieses Wort wirklich oft sage. Aber gut, ich versuche mich zu bessern. Wurde sich nämlich auch des Öfteren schon gesagt, dass ich im Endeffekt viel zu oft sage. Aber gut. Ja, wir sind hier gerade in unserem Golden Pocket zweimal mittlerweile gebounced. Volumen fehlt hier noch ein bisschen, aber wie gesagt, der Downtrend drückt uns natürlich noch unten. Aber sollten wir jetzt hier genug Kraft, sage ich mal, raustanken, ist es möglich, dass wir zumindest eine Erholung in dem Bereich der 13,35 sehen. Würde natürlich auch zu den Märkten passen, sollte Bitcoin Richtung Golden Pocket gehen, diese 18,8, die wir weiterhin im Blick haben. Aber das auf jeden Fall nochmal im Auge behalten. Und dann noch Kusama. So, da schauen wir mal ganz kurz auf den Daily Chart. Hier befinden wir uns weiterhin im Endeffekt in einer größeren Kaufzone, wobei wir hier auch schon relativ am Low sind. Also ich muss ehrlich sagen, ich akkumuliere hier noch weiterhin. Aber ich bin hier momentan noch ein bisschen skeptisch. Also klar, wir hatten unser Breakout, alles gut. Dann dieser Reinfall aus unserem Falling Match, je nachdem, wie wir das ziehen. Wir können es natürlich auch noch ein bisschen tiefer ziehen, aber da würde ich jetzt im Endeffekt das ganze Ding hier bescheißen. Aber wir können es mal so drinnen lassen und einfach mal gucken, ob dieses Support hier wenigstens hält und das hier oben einfach nur ein Fakeout war. Aber Kusama an sich zum Akkumulieren auf jeden Fall noch bei mir mit drin. Wir haben eine Bullish Divergence, muss man auch dazu sagen, mit einem Higher High im RSI, aber Lower Low im Chart. Also so übel sieht es momentan nicht aus und wir haben zwei Kaufzonen im Endeffekt erreicht. Also das wird sich jetzt die nächsten Stunden zeigen, beziehungsweise die nächsten Tage, ob wir hier mit einem Breakout rechnen können. Und ja, wenn ihr weiterhin Altcoin-Budget habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. Später kommt dann noch eine IOTA und, jetzt muss ich überlegen, auch nochmal eine Ripple-Chart-Analyse bei CryptoGuru. Die werde ich euch dann natürlich später noch in die Telegram-Gruppe post, beziehungsweise kommt automatisch durch den Bot. Und dann kommen wir jetzt noch ganz kurz zu den normalen News. FTX, ein klaffendes Loch und der Untergang der Kryptobörse. Ja, nochmal ein Artikel über FTX, ja, Differenz von über 8 Milliarden US-Dollar oder ich glaube es waren sogar 9 Milliarden US-Dollar. Ja, lest euch einfach durch, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, der Artikel müsste schon in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns dann morgen, früh oder morgen Mittag, dann jeweils zu einem Update-Video wieder. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Kommentar da lassen, Telegram-Gruppe joinen, das war es von mir. Vielen, vielen Dank, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto!